Moin meine lieben kleinen Retro-Wölfe, ich bin's wieder, euer Cooper, der liebe Gaming-Wolf, jo! Und wir sind wieder zurück bei Bavomets Fluch, wir wollen nämlich weitermachen, nach dem unverletzten Mal. Und wir sind immer noch in Lochmarn, in der gute Schottland. Joa, ich würde sagen, ihr könnt gerne schon mal ein Video liken, kommentieren, mir eure Erfahrungen mit dem Spiel mitteilen und wir gehen einfach mal rein. Kanal abonnieren und Glocke aktivieren dürft ihr natürlich auch noch, also. So, 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 dann wollen wir mal hier diesen komischen Kasten da untersuchen. Es ist unmöglich, den Schalter wieder in die frühere Stellung zu bringen. Ja, schade. Ich dachte, ich kann jetzt den Schalter wieder einmal. Irgendwas musste ich daran machen, das weiß ich noch. Damit, damit das Bier ausfällt, damit der komische Hi-O-Pei in den Keller geht, aber ich weiß nicht mehr was oder in welcher Reihenfolge. Hey, McQuire. Was? Gib mir deine Hand. Was ist denn jetzt los? Ach, hab dich doch nicht vor. Ich will dir doch nur eine kleine Nummer zeigen. Komm her! Kommt nicht in Frage. Ich schiebe keine Nummern. Nee. Vater Mahoney hat gesagt, dass ich sonst in der Hölle komme. Ich will dir doch nur die Hand schütteln. Das ist alles. Bist du igelhaft. Von mir aus? Volltreffer. Gut, eh? Hab überhaupt nichts gemacht. Ja, ja, das sah so auch so aus. Na gut, okay. Das ist aber eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Das war jetzt nur so ein kleiner Spaß am Rande. Ich will irgendwie da unten rein, weil ich bin der Meinung, dass der Diamant da unten reingefallen ist oder das Päckchen. Es ist ziemlich offensichtlich. Der Schlüssel des Arbeiters ist das richtige Werkzeug, um diese Falltür zu öffnen. Er ist für genau diesen Job gebaut. Ja, und? Unglücklicherweise hat die Falltür keine Löcher. Na toll. Kann ich das da öffnen? Ich versuche, das Gitter mit den Schlüsseln aufzuhebeln. Aber das will einfach nicht funktionieren. Ja, super. Und jetzt? Kann ich da vielleicht ein Draht reinwickeln, dass das irgendwie wieder reparierbar ist? Das Auto des Leprischons hat die Plastikabdeckung zerbrochen. Darunter kann man einen Schalter sehen. Ja, toll. Ja, natürlich bringt es nichts. Ach, Mann. Es ist schon so lange her. Oh Gott, die ist viel. Ja, gut. Ich weiß im Moment nicht genau, was ich tun soll. Ich kann zwar nochmal mit allen irgendwie durch die Gegend schnacken. Aber ganz ehrlich, wenn ich da irgendwie auch nicht wirklich weiterkommen wollte. Leute, ihr dürft mir gerne mal, falls ihr das noch wisst, in die Kommentare schreiben, was ich tun musste, um den Barkeeper hier wegzukriegen. Hallihallo. Und endlich in den Keller kommen. Was? Nee, Bier. Wasser ist aus. Bis dann. Mann. Kann ich mich mit dem nochmal unterhalten? Kann er mir irgendwas Neues erzählen? Entschuldigung. Ja, Sir? Nee. Bringt alles nichts. Nee, nee. Das mache ich bei dem lieber nicht. Kennen Sie dieses Streichholzbriefchen? Ich glaube, wenn ich dem Elektroschock verpasse, dann kloppt er mich auch nochmal raus. Danke. Der Mann hat seinen Arm über das Handtuch gelegt. Unmöglich ist daraus zu kommen. Was erzählst du für Stoß, George? Der hat seinen Arm gerade oben. Na los, komm. Na, dieses Mal geht's doch endlich. Als der Mann den Arm hebt, um zu trinken, kralle ich mir das Handtuch. So ein Mumpel, ey. So, und was kann ich jetzt mit dem Handtuch machen? Kann ich das mit irgendwas kombinieren? Auf gar keinen Fall. Okay, 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 okay. Hm, auf gar keinen Fall. Joa, was soll ich sagen? Auch damit kann ich nichts weiter anstellen. Jetzt habe ich zwar das Handtuch. Aber auch das bringt mich irgendwie kein Stück weiter. Wenn ich da hinten einen Stecker ran will, den drucken wir dir gleich mit Klopper auf den Finger. Oder besser noch Klopper auf der Nase. Ich komme nicht weiter. Kann ich das vielleicht mit dem Draht einfangen und rausziehen, sodass er das denn gar nicht mitkriegt? War das so? Ich fürchte nicht. Raus hier. Joa, soll ich doch. Na gut. Dann haue ich eben ab. Vielleicht kann ich noch irgendwas anderes machen. Ja. Mann. Sowas. So. Ja, mit dem, mit dem Bengel brauche ich mich eigentlich auch nicht weiter unterhalten, oder? Kann ich damit vielleicht irgendwie... Äh, geht er aufbrechen, verbiegen? Nö. Geht er auch nicht. Weiß zwar nicht, wieso ich ausgerechnet mit einem komischen Lappen oder Handtuch da... Äh, so einen Kasten reparieren können sollte, aber ich dachte, ich versuch's wenigstens mal. Hey, McQuire. Was? Äh. Gib mir nochmal die Hand. Hehehe. Bin doch nicht blöd, ey. Nö. Ich dachte vielleicht schon. Na gut. Hast du den Mann schon mal gesehen? Mann, ist das ein Schleimbolzen. Nö, nie gesehen. Was meinst du, wofür könnte man diesen Draht benutzen? Für Autos zum Knacken. Gibt dabei nur ein Problem. Der Polizist hier? Nee. Hier in Loch Mahn hat keiner ein Auto. Ist der Ort so klein, dass man keine Autos braucht, wa? Was meinst du, wofür könnte man... Für Autos zum Knacken. Okay. Bis später. Gut, dann... Okay, Mister. Gibt es irgendwas anderes, was ich... Eine Falltür im Gehweg. Wenn ich damit Autos knacken kann, wieso kann ich damit nicht solche Schlotter knacken, damit ich das aufkriege? Ich stehe auf für den Schlauch und weiß nicht, was ich tun muss. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Will Macquarie vielleicht mal eine Pappnase haben? Ich meine, man ist halt auch selber eine Pappnase, also von daher... Was? Hast du schon mal jemand gesehen, der sowas getragen hat? Das gehört dem Killer-Clown, den Sie suchen. Scharf erkannt. Kann ich Sie haben? Sorry, muss ich als Beweisstück behalten. Da sollten Sie mal ein paar Tests mitmachen lassen, Mister. Dann könnten Sie einen Mörder mit seinem Rotz überführen. Danke, nein. Eigentlich gar keine so dumme Idee. Aber ich habe leider keinen Zugriff auf irgendwelche Labors. Ich tue nur so, als wenn ich Polizist wäre. Ich tue nur so, als wenn ich irgendwie... Was war George nochmal? Der war ja irgendwas mit Versicherung, ne? Entschuldigung. Ja, Sir? Darf ich mir das Handtuch ausborgen? Klar können Sie. Unter einer Bedingung. Und welche? Lassen Sie den alten Ron nicht in seine Nähe. Wer ist Ron? Der Typ da drüben in der Ecke. Mit dem Hygieneproblem. Okay. Danke. Meint er den mit der Rotznase, oder? Hallihallo. Hm. Was? Hätten Sie Verwendung für dieses Handtuch? Ich schon. Aber danach niemand anders mehr. Okay, nee, dann lassen wir das mal lieber. Ich behalte das Handtuch. Sagt Ihnen diese rote Nase etwas? Ich nehme an, dass Sie für die Wohlfahrt sammeln. Hä? Nein, tue ich nicht. Ich will wissen, ob Sie jemanden gesehen haben, der so eine Nase getragen hat. Nein, habe ich nicht. Ach, Mann, Mann, Mann. Hey, wollen Sie mir die Hand... Nein, lieber nicht. Naja, können wir gerne versuchen, wenn wir kank werden wollen, aber... Sie könnten dieses Taschentuch gebrauchen. Ach, du gotzt hier und niesst hier durch die Gegend wie so ein Egelpaket... ...und meinst, das ist unhygienisch. Der Typ ist Warum unterhalte ich mich überhaupt noch mit dem Entschuldigung Mr. O'Brien So Hallo, was jetzt? Ja, ich weiß auch noch nicht so genau Was können Sie mir über diesen Ausweis sagen? Grüber Electronic Nie von gehört Also dann bis später Ach, ich komm nicht weiter Entschuldigung Ich steh auf dem Schlauch Erkennen Sie den Mann auf dieser Karte Nein Sollte ich das? Oh nein, es war nur ein Versuch Sind Sie sicher, dass Sie diesen Mann Ich hab's Ihnen doch schon mal gesagt Nein Danke Ich glaube, ich fange hier an Allen möglichen Leuten auf den Weg zu gehen Hey Und hallo, Mr. Sagt Ihnen dieser Ausweis etwas? Ähm Tja Nein Wie konnte ich auch nur erwarten, dass ich von dem Irgendwas sinnvolles erfahre Oh Wirklich? Soll ich mich nochmal mit dem da unterhalten? Äh Hallihallo Sobald ich Lochmann verlasse Kriege ich doch mit Sicherheit innerhalb von drei Tagen die Maulung Klausolke wegen dem da Was? Werfen Sie doch mal einen Blick auf diesen Ausweis Mal sehen Oh ja Kleines Plastikbild Ich nehme an, dass es Ihnen nichts sagt, oder? Nein Tja, hab ich auch irgendwie nichts anderes erwartet Bis dann Äh Versuche ich sonst mal Schon mal zum Schloss zu gehen, aber Eigentlich Ich hab hier eigentlich noch irgendwas zu erledigen Hey, McQuire Was? Schau dir das hier mal an, McQuire Ist eine Art Ausweis Was ist damit? Hast du jemals was von Thomas Moala gehört? Oder Grüber Elektronik? Nö Hey, McQuire Davon wird er wahrscheinlich auch nichts wissen Was? Kennst du das Streichholzbriefchen, McQuire? Nö Nie im Leben gesehen Ich greife hier nach jedem letzten Strohhalm, aber alles irgendwie geht ins Leere Na gut Soll ich denn nochmal da hochgehen? Woanders hingehen außer Reihen kann ich ja nicht Ich weiß zwar nicht, ob mir das da oben weiterhilft, aber wir müssen es mal versuchen Hi Sprechen Sie Englisch? Und was ist, wenn ich Nein sage? Die Implikation von Erkennung verschleiert in Negierung Eine sehr schöne Approximation eines Paradoxon, muss man wirklich sagen Ich bedenke ihn mit dem Blick, den ich perfektioniert habe, als ich zwölf war und der größte Hypnotiseur aller Zeiten werden wollte Der Blick ist ein Killer Versuchen Sie mich zu hypnotisieren oder leiden Sie an Verstopfen? Nur dumm, dass ich außer Übung bin Hey, der Typ ist... Haben Sie Dr. Pegram gesehen? Nein Was ist das für ein Vogel? Er hat gepackt und ist verschwunden Wissen Sie wohin? Zurück nach England, nehme ich an Was will er da? Glauben Sie, dass Pegrams Verschwinden mit dem Fluch zu tun hat? Schauen wir uns die Tatsachen doch mal an Er hat den Edelstein ausgegraben Er ist verschwunden Bingo Man braucht keinen Abschluss in Mathematik, um sich das auszurechnen, oder? Öh Man muss kein schlauer Pythagoras mit einem Taschenrechner sein Vermutlich nicht Begram ist mit dem Edelstein abgehauen Ja, vielleicht Haben Sie einen roten Sportwagen die Straße runterkommen sehen? Ich habe einen roten Blitz gesehen und den Krach gehört War ein furchtbares Geräusch Ein Sportwagen, sag ich Ein Ferrari, um genau zu sein Ein Rennwagen Und was macht er hier? Der arme Kerl hat sich bestimmt... Leute über den Rufen fahren Und ihn führen Der Fahrer des Ferraris hat einen Unfall verursacht Ach ja? Ja, er hat jemanden vor der Bar umgefahren Was für ein Idiot Wie konnte sowas passieren? Er war zu schnell So schnell, dass er direkt unter das Auto gerannt ist? Ich meinte, das Auto war zu schnell Der Idiot hätte das Auto doch wenigstens hören müssen Vielleicht kennen Sie ja den Mann, der vom Ferrari angefahren wurde Er heißt Jean Fitzgerald Oh, den kenne ich wohl Das ist mein Neffe, der Idiot Der mal den Heuwagen beladen hat Hat ihn das Auto voll erwischt? Ja, voll erwischt Anscheinend war er nicht verletzt, aber er wurde entwürgt Das ist ja eine Erleichterung Wollen Sie Ihren Neffen nicht suchen? Wozu? Nach dem, was Sie erzählen, ist es eh zu spät Sie könnten die Sache der Polizei melden Lieber nicht Und überhaupt Was sollen die denn dabei tun? Sie könnten eine Suche organisieren Die beiden haben zusammen mal gerade ein Fahrrad In Sachen bessere Beschleunigung würde ich mein Geld jederzeit auf den Ferrari setzen Ich denke, Sie sollten wissen, in was Jean hineingeschlittert ist Ich bin nicht sicher, ob ich es wissen will Aber Sie sind sein Onkel, sein Eigenfleisch und Blut Sie haben ja recht Aber was soll ich machen? Wenn ich den Heuaufen hier nicht bewache Kommt vielleicht so ein Idiot und versucht hinaufzuklettern Keine Sorge, der Idiot ist schon da Das ist ein schreckliches moralisches Dilemma Hier bleiben Und diese potenziell tödliche landwirtschaftliche Konstruktion Bewachen Oder sich auf die Suche nach dem Superneffen zu machen Nach jenem Mann, der für genau diese Gefahr verantwortlich ist Darüber muss man erst einmal nachdenken Wieso? Da gibt es doch überhaupt kein Problem Sie haben recht Warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Wir reißen den Heuhaufen einfach ab Ja Sie müssen den Heuhaufen doch nicht demolieren, nur um nach Jean zu suchen Ich bleibe an Ihrer Stelle hier und warne alle, die den Ähnlich genug sind, darauf zu klettern Außer mich selbst Fantastisch! Ich denke, ich sollte meine Nachforschungen in der Bar beginnen Bidi was? Ey, jetzt mal ehrlich Du fühlst dich hier so ein, der die Binde kippen Er zog in Richtung auf Mac Davids Bar los Und gab mir Gelegenheit, mich mit dem Heuhaufen zu beschäftigen Na toll So Ich werde mich jetzt hier zwar nochmal umgucken, aber ich bin mir ziemlich sicher Der Weg führt Über den Heuhaufen Denn das Ding da, das dicke Tor ist nämlich abgeschlossen Natürlich, ich könnte versuchen das mit dem Draht aufzuknibbeln, aber Ich glaube irgendwie, das wird nichts Ich bin kein Schlossknacker Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie man ein Schloss aufbricht Siehste, habe ich doch gesagt Also So Den kledern wir wieder mal hoch Der Stapel aus Heuballen reicht bis kurz unter den Rand der Mauer Ich kann mich recken, so viel ich will Die Mauerkrone ist außer Reichweite Was mir fehlt, ist ein Stück aus Alice Wunderland Irgendwie, wir haben noch mit Sicherheit irgendwas dabei, was wir nutzen können Das Handtuch darüber werfen Vielleicht doch nicht Nee, das funktioniert auch nicht Warte mal, ich glaube, das Ding konnte ich hier irgendwie in das Loch stopfen Warte Ähm Das ist keine gute Idee Doch, das war eine gute Idee Ach da, da ist das Loch Okay Nochmal versuchen Zack So Ich stecke das Ende des Werkzeugs in den Riss Und schiebe den Deckelheber mit Schwung hinein Er bleibt in der Wand stecken Und sieht wie eine extra dafür gebaute Trittstufe aus Ja, ist auch gut geworden, ne Den können wir da jetzt auch rüberklettern So Wenn ich mich nicht ganz täusche, gab es hier irgendwas komisches, was auf uns gewartet hat Etwas weißes Mit Hörnern Eine Ziege Eine fiese Ziege Irgendwas musste ich da hinten mit dem Ding machen Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das ging Konnte ich da irgendwie rangehen? Warte mal Nee Ich weiß nicht mehr Okay, jetzt komme ich bei dem hier mit der Ziege auch nicht weiter Ich weiß, dass ich irgendwie eine Sache machen musste Und dann die andere Sache schnell hintereinander Aber was war das nochmal? Wo ich den Draht dran machen? Nö Autsch Und schon wieder die fiese, die fiese Ziege Habe ich umgehauen Das böse, böse Vieh Irgendwie sieht die Ziege komisch aus Na gut, okay Dann gehen wir hier mal wieder raus Bringen uns aber auch nicht viel, oder? Wir müssen eigentlich da runter Kann ich das wieder rausnehmen? Ich ruckele an dem Hebel und merke, dass er schön feststeckt Na toll, jetzt hängt das Ding fest Für immer Ich hoffe, das brauche ich nicht noch irgendwann nochmal Na gut, dann gehen wir nochmal wieder rein Ja okay, da lässt sie mich auch nicht hin Heim hier schon wirklich fast gedacht Ich meine, guckt euch die doch mal an Die sieht schon so gemein und bösartig aus Hey Ziegenbart Genau Das Vieh fixiert mich mit einem bösartigen Blick Hinter der Bosheit und der Wut ist eine kühle Intelligenz spürbar Wie geht's denn, mein Junge? Ich fühle mich mindestens so bedroht wie damals von dem Mörder und seinen Schlägertypen in Paris Okay Ich meine, ich kann ja mal versuchen, die Hufe zu schütteln mit dem Elektroschocker Hä, vielleicht eine Wirkung Obwohl, da die bei Menschen schon keinen richtigen Schaden anrichtet Autsch Würde die Ziege wahrscheinlich nur noch wütender machen Und das wollen wir ja eigentlich auch nicht, oder? Nö, ganz klar Ich mach hier jetzt erstmal eine kleine Schlussstrich für heute Das sollte es gewesen sein Wie schon gesagt Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben Wie ich jetzt in der Bar weiterkomme Da war ja irgendwas noch zu machen Weil ich muss in den Keller Da finde ich nämlich den Edelstein, das weiß ich Und wie ich die Ziege austrecke Vielleicht wisst ihr das noch auswendig Sonst muss ich noch weiter rumprobieren Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es heute wieder gefallen Wenn ja, gerne positive Bewertung da lassen Kanal noch abonnieren Glocke aktivieren Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Also, ich wünsche euch was Au Bye, bye